Wie können wir unsere Versorgung mit hochwertigen, regionalen Lebensmitteln nachhaltig sichern? Wie erhalten wir eine vielfältige Natur, lebenswerte Regionen und attraktive Erholungsräume? Wie machen wir unsere Landwirtschaft klimafit und unsere Wälder widerstandsfähiger? Wir forschen aktiv an Antworten für diese Zukunftsfragen. Unsere neun forschungsaktiven Dienststellen, zwei ausgegliederte Einrichtungen und zahlreiche Partner ermöglichen ein breites Forschungsspektrum. Unsere Forschung basiert auf drei Säulen. Die Forschungseinrichtungen des Ressorts, Forschungsaufträge an externe Projektwerberinnen und die Mitwirkung an europäischen und nationalen Forschungsprogrammen. Wissen ist unsere wichtigste Ressource. Mit modernen Methoden, neuen Erkenntnissen und erfolgreicher Tradition. Wir forschen für und mit der kommenden Generation in unseren Schulen. Wir forschen für die Praxis und für unsere Gesellschaft. Hochwertige Lebensmittel sind keine Selbstverständlichkeit. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017